Wir von der HAL AG liefern seit jeher Strom in das Zuhause der Menschen in der Region. Rund ein Drittel davon produzieren wir selbst. In unseren sechs Kleinwasserkraftwerken, in der Photovoltaikanlage sowie im Biomasse-Heizkraftwerk. Den Rest kaufen wir am Strommarkt zu. Auch in turbulenten Zeiten wollen wir weiterhin Ihr zuverlässiger Partner bleiben. Die gute Nachricht. Aktuell sinken die Preise und wir wollen, dass auch Sie davon profitieren. Deshalb bieten wir Ihnen einen neuen Stromvertrag an mit einem günstigeren Tarif. So sparen Sie sich Geld. In einem Schreiben informieren wir Sie über das neue Angebot. Im Anhang dazu finden Sie auch den neuen Stromvertrag. Damit der Umstieg so einfach wie möglich wird, können Sie das auch auf digitalem Weg erledigen. Entweder Sie nutzen den QR-Code oder den persönlichen Code aus Ihrem Kundenschreiben. Oder Sie senden uns die Unterlagen ausgefüllt und unterzeichnet per E-Mail an stromvertrag.hall.ag. Gerne können Sie uns den Vertrag auch per Post im beiliegenden Kuvert zuschicken. Die Versandkosten übernehmen wir. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weitere Infos erhalten Sie auf www.hall.ag. Wir sind ein Unternehmen der Stadtgemeinde Hall und sorgen für die sichere Energieversorgung in der Region. Dies kommt allen zugute. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und hoffen, dass Sie uns treu bleiben.